bevorstehendes und letzteres eines insgesamt coolen kanal hat es kurz auch buhlaik genannt ich kann husten soft konsumieren gut so mein part von buhlaik und bevor ich jetzt mal anfange mit mit dem zocken in sachen aura simulator bin ich jetzt noch mal kurz hier weil ich folgendes abchecken möchte und so weiter rüber ja die projektwünsche wollte ich euch noch sagen wie das abläuft weil sie oft vergessen habe und am 31.5 also schon vor zwei monaten quasi war der end die ende an der abstimmung und ihr abgestimmt und zwar erster platz gta 5 mit 8 votes dann start über die mit sechs votes undertale mit sechs votes terraria mit fünf votes starstable online mit zwei votes der ford mit zwei worts geht hier also in dreier ist mit einem tales of escape headwars und war von da und wildcroft doch mit der kette mit einem baut ok also das heißt der nächste community stream wird wahrscheinlich gta 5 vor den anderen eben und dann schauen wir mal weiter und ja das wollte ich mal sagen bisher und nun spielen wir das gute game oder doch simulator so ein anderes spiel und jetzt ist mein tablet ausgefallen ist natürlich wieder geil nicht aber jetzt zu sagen tatsächlich wieder recht viel neues ich weiß längere zeit war ich ja weg und entschuldigt beim aussehen bitte ich bin einfach sehr unter hitze kann man das sagen auf jeden fall ist mir sehr heiß wie man auf jeden Fall sehen kann und ja wir werden sehen gut wir fangen einfach an mit den videos der letzten woche beziehungsweise mit der umfrage der letzte woche und da muss ich noch was vorbereiten weil ich kacke bin so ich bleibe jetzt einfach kurz hier und zeige es euch hier weil ja ich das sonst einblenden müsste und jetzt bin ich eh schon habe ich spiel und nicht richtig gestartet und zwar habe ich euch gefragt was du was ihr zu meiner auszeit sagt und ja da leute haben gesagt das ist nicht schlimm ein paar zwei personen fans ultra schade aber in ordnung und eine person wird von langweil gekillt und nein ich hoffe die lebt jetzt noch also wenn die person noch da ist dann bitte sagt mir bescheid das wäre nämlich sehr tragisch wenn da irgendwas vorgefallen sein sollte oder so wir fahren los und wir checken die videos der letzten zeit ab und zwar habe ich da top 5 mit einem stream weil ich nur vier videos hatte und ein stream seit dem letzten mal und zwar auf platz 5 ist die wrestling tierlist dieser die von neu die kam mir vor kurzem erst heraus und sie hatte 28 views und 50 likes ist ein ziemlich lustiges video weil ich ja mich überhaupt nicht auskenne mit in sachen ähm wrestling und ja ist lustig gewonnen finde ich platz 4 ist die tierlist von rapti also von corrupted da habe ich zu seinen zu seinem horrorspielen sein best also lieblingshorrorspielen quasi so eine liste mit 100 horrorspielen gemacht und da habe ich die auch mal gemacht für mich aber ich kann die wenigstens spiel beziehungsweise habe sie ich kann die meisten schon aber ich habe die wenigstens gespielt so rum und so ist das da dieses video hat 31 views und ja 60 likes also ein bisschen besser aber diese tierliste videos sind eigentlich gar nicht so stark also von den klickzahlen her aber naja mal schauen dann die dritte platz 3 ist der comeback stream von mir wo ich eben sagt hey ich bin wieder da voll fresh und so und ja ist nicht ganz nice und habe ich das erste mal gestreamt mit dem mit der hände auf dem handy quasi auf youtube auf dem handy gestreamt habe ich das erste mal gemacht vorher habe ich das noch nie ausprobiert sag ich mal das hat 74 views gehabt und 10 zu 1 likes der zweite platz ist das shinny unboxing von der box von drama fehlt tatsächlich nicht so stark die box mir hat auch ein bisschen instrumentals gefehlt und so weiter und der box hat weiß ich nicht so stark naja da hat hat nur 41 views aber dafür 10 nur likes also ein bisschen besser von den likes her so dann platz 1 ist das video von denen den gesellen die er gerade auch vielleicht im hintergrund hört das sind meine meerschweinchen und zwar das video meine lebenden rasenmäher heißt es und ja das hat 69 69 aufrufe genommen und was tut denn der hier vorne und viertens nur likes also relativ viel likes und ich habe gemerkt dass euch solche videos taugen und ziemlich nice auf jeden fall so dann weitere uploads gab es nicht wir gehen weiter zu privates digga da haben wir sehr viel einerseits habe ich einen manga gelesen den ich sehr sehr gut finde ich überlege mir dazu ein video zu machen äh ich weiß nicht sagt euch der manga sakura i want to eat your pancreas was ich hoffe ich spreche es richtig aus auf jeden fall sakura ich möchte deine bauchspeicheltrisse es ist ein sehr heftiger manga auf jeden fall aber meiner meinung nach einer der besten mangas die ich wirklich jetzt in letzter zeit gelesen habe und der ist auch von 2019 also recht neu sehr sehr cool auf jeden fall und jo den habe ich gelesen dann habe ich meine freundin getroffen meine managerin wie auch immer dann habe ich mir was das gleich genauspläsch war vorletztes wochenende wir müssen gleich links abbiegen also alles ist spannend ja der haben splash war sehr sehr geil das video wird wahrscheinlich online sein wenn nicht dann wird es noch online kommen auf jeden fall ein sehr sehr nices video und auch voll die gegner sollen das jetzt ja gut dann war ich ja ein bisschen aus ja ein sehr cooles video und es war auch ultra geil auf dem splash also ja auf jeden fall war ein tolles erlebnis und alle infos wieder in dem splash video was auch jeden fall auf jeden fall auch verlinkt ist in der video beschreibung genau dann was auch noch war dass ich mit der letzte Zeit viel mit kumpels gemacht habe auch mit family viel war echt sehr sehr nice gut dann hatte ich vor neuen prüfungen zu schreiben habe ich leider nicht geschafft weil ich in einer in der woche der ich ganz viele prüfungen hatte sehr erkältet wurde sehr erkältet worden bin ich bin auf jeden fall erkältet gewesen ich mir geht es ein bisschen besser ich habe noch sehr starken husten noch und auch meine nase läuft so ein bisschen macht ein bisschen einen auf forrest gump und läuft sonst so hin aber egal ja und deswegen konnte ich nicht alle prüfungen schreiben ich konnte leider nur von diesen neuen leistungsnachweisen fünf erbringen einen habe ich bestanden und zwar ist es der das programmierprojekt wo wir tic-tac-tor programmieren mussten das haben wir bestanden was ziemlich cool war und sonst da muss ich mal ein bisschen so machen und sonst weiß ich die noten alle noch nicht aber ja ich weiß noch nicht inwiefern ich sie euch sagen werde kommt davon wie sie ausfahren so ungefähr werden wir sehen dann genau dann habe ich da eben viele geschrieben und war jetzt den ganzen den ganzen ja die ganze zeit quasi beschäftigt mit so zeugs wie ja prüfungen und so uni und so nächste woche tatsächlich muss ich auch jeden tag noch mal die uni aber denke am abend welch einmal das ein oder andere mal dann auch streamen können wird sicher cool was ich gesehen habe auch ist wo fangen wir denn hin was bringt am meisten die bringe alle kaum was ich muss mir mal die lizenz erwerben ich habe 11.000 euro ich habe tatsächlich warte mal einfach nur münchen nach münchen gibt es preistechnisch 4.000 was ok 4.000 und das andere ist 3.000 machen wir das hier einfach mal ich will es eh mal expandieren in anderen ländern wie viel kostet denn das eigentlich gerade das expandieren äh wie geht denn das wirtschaft geht es hier ja hier geht es nach österreich äh wie viel kostet denn das so ein expandieren wie viel kostet ja wo steht denn das wie viel das kostet 28.000 ok 30.000 ok die sind alle recht teuer naja gut dann kümmern wir uns jetzt erstmal um ausgebildet machen egal ähm wo wollte ich jetzt hin ich wollte hier raus ich wollte die karte an machen so und dann äh hier drauf bleiben noch mal auf dieses teil fallen weil ich könnte jetzt noch zum anderen schauen ich werde jetzt da was besseres dann fahren wir erstmal zum anderen lieber wie ich sagen gut weiter geht's ich habe einen pokémon film 8 gesehen das war lucario und das geheimnis von miu ein sehr chilliger film also ich fand den echt nicht schlecht ich fand den 3 also mit den incognitoren wissen ist besser und spannender aber an sich war es ein ganz schöner film muss ich auf jeden fall sagen und den habe ich mir angeschaut dann muss ich tatsächlich was trauriges verkünden und zwar ist die enge zusammenarbeit mit meiner männer managerin die ist vorbei ihr könnt euch selber malen was das bedeutet und ausmachen heißt gleich selber ausmachen was bedeutet genau und ja nur bescheid sagen dass ihr ungefähr bescheid wisst und so ist das dann gehen wir weiter zur musik würde ich mal sagen und zwar gibt es da einmal die schnee box das album also trauma von chinis rausgekommen ich habe es von euch gehört auch wieder vor meiner letzten prüfung jetzt und ja so auf jeden fall kein schlechtes album aber ich muss wahrscheinlich ein paar mal hören damit ich es lieben lerne auf jeden fall baby girl ist meine mein favorite von dem album aber sonst ist es schon eigentlich schlecht also doch die skizze ein bisschen hart unnötig manchmal muss ich sehr der mut sein um die zu feiern tatsächlich aber an sich ja geht schon klar okay das ist auf jeden fall das beste hier machen wir das hier auf der annehmen käse was für ein käse egal machen wir das mein tablet ausgefallen ist natürlich mädt sehr hätte nicht mädt ich bin mädt wenn ich wenn es ausfällt so upsala obwohl scheiße angenommen ich hätte schlafen sollen so irgendwie dumm gerade ich kriege ich überhaupt noch geld gibt es auf dem weg was den pennen gibt es bestimmt ok mal ankoppeln kann ich nicht ankoppeln was ist hier los verarsch mich ok muss ich hier mir noch mal mein tablet entsperren also irgendwie es ist noch ein bisschen sehr kompliziert hier egal also wie gesagt das album drama von shindy ist draußen was eigentlich ganz nice ist und wir fahren jetzt nach münchen was auch sehr sehr nice ist wir fahren links lang genau was auch sehr sehr fresh ist dass die playlist nummer 13 da ist also checkt hier auf jeden fall ab eine wieder sehr gute playlist tatsächlich einige diebelieder aber irgendwie habe ich das auch gebraucht in der zeit und ja gönnt euch auf jeden fall die playlist gibt es im gibt es auf jeden fall auf spotify und auf youtube checkt auf jeden fall die links in der beschreibung ab würde ich mal sagen so dann kommen wir noch zu empfehlungen zum schluss und zwar habe ich da wieder vier stück die erste empfehlung ist das video wie sports logic in real life so heißt das und ja da wird gezeigt wie sports im echten leben ausschauen würde und es ist nämlich lustig weil man dann sowas sieht wie die kennt ja beim tennis wenn man so ganz hin und her schlägt das ist ziemlich geil und die haben das ja quasi im echten leben so versucht zu drehen das ist echt lustig geworden und ja deswegen denke ich mal das ist ein sehr lustiges video für jeden fan oder für jeden für jeden judy ist der ein bisschen der irgendwie das mit gaming zu tun hat und die sports kennt genau die zweite empfehlung ist das video rabbit eating watermelon asmr keine ahnung aber da ist halt einfach ein hase eine wassermelone und das ist ein asmr video ich lasse es mal einfach mal so stehen ich finde das video super und vielleicht liegt es auch daran dass ich in letzter zeit sehr sehr viel wassermelone gegessen habe deswegen ist mein t-shirt auch rot geworden ist eigentlich gar nicht rot aber durch das durch die wassermelone hat sich das wie verfärbt glaube ich genau so ist das genau dann die dritte empfehlung ist das video bzw das ja projekt es gibt aber erst ein video davon und zwar das heiße pokémon die heiße pokémon kartoffel heißt das tatsächlich die menschen kriegen gleich was ich mache das video noch schnell fertig ich hoffe es kann jetzt auch durchziehen ja und zwar ist es so dass goceta also youtuber dass der quasi in dem projekt sich mit seiner konkurrenten natschi heißt die immer hin und her also wie halt diese heiße kartoffel ich weiß nicht ob man das kennt aber er kennt sie zum beispiel den minecraft modus wo man sich irgendwelche kartoffel geben muss nach einer zeit geht dann die bombe quasi hoch oder man ist halt kartoffel liziert oder wie auch immer das heißt auf jeden fall müssen die ganz schnell irgendwie sachen nennen zum beispiel pokémon aus der zweiten gen die zwei beine haben was ich was und die müssen immer abwechselnd dann sagen bis die zeit abläuft und dann einer nichts mehr weiß und dann hat der einheiten punkte bekommen und so weiter das ist eigentlich ziemlich nice die idee und ich feiere auch diese ganzen pokémon spielchen von goceta die finde ich echt immer sehr unterhaltsam die taugen mir schon sehr so genau so ist dann habe ich sagen bei nächsten raststätte höre ich dann mit dem part auf und schlafen noch oder gibt es da noch was anderes wo ich schlafen kann da unten ich glaube das schlafen nicht mehr ganz oder vielleicht doch ich weiß es nicht aber ist eigentlich auch egal macht er echt keinen großen unterschied so dann ich für die empfehlung ist das video kein master das schlechteste spiel von rg das habe ich ein bisschen gewohnt dass rg so ein video macht tatsächlich weil ich nicht von ihm gewohnt bin aber dennoch was einer der unterhaltsamsten videos von ihm und mir hat es sehr getaucht ich muss an einigen stellen sehr sehr hart lachen und er bringt es halt wirklich auf den punkt dass diese ab coin master einfach richtiger müll ist und nimmt die einfach komplett auseinander es ist wirklich sehr sehr geil und parodiert die echt super toll und das hat ihm auch so ein bisschen so ein schub gegeben das fand ich echt hat mich gefreut für ihn weil er gehe echt ein sehr cooler youtuber ist ja aber leider viel zu inaktiv ist genau dann würde ich sagen was das von der folge von buh like wenn ihr irgendwelche fragen oder irgendwas habt dann schreibt es gerne in die kommentare ich gehe auf alles ein sobald es wie möglich ist und ja nächste zeit wird es wieder möglichst täglich ein video kommen ein video weil ich auch recht viel streamen möchte in zukunft und wie sieht es mit meinem tank aus der sollte reichen ok dann gehe ich noch ein video aber ich kann ja auch gleich tanken weil warte wie viel kostet das 1 25 ist es richtig ist es richtig 1 25 ja da ja egal dann tanke ich halt auch noch ist ja eigentlich auch egal oder tanke ich noch schnell vorher dann gehe ich hier schlafen dann warst du von der folge ich habe euch gefallen die folge und bis zum nächsten mal euer zirka flieg schnell noch ins bettchen hier und check die links ab in der beschreibung und ich hoffe euch geht es gut so schlafen tschau euer zirka flieg tschüss oh ich bin gelegenheitsspieler das ist ja nice tschau 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 Untertitelung des ZDF, 2020